Beim letzten Mal beim Spinn-Simulator ist hier die ganze Stadt explodiert, dass alle Spinnen ausgelöscht wurden. Jetzt haben wir einen kleinen Zeitsprung gemacht, drei Monate später und anscheinend haben ein paar Spinnen überlebt. Ich bin sehr gespannt, was passiert, Freunde. Lasst ein Like und ein Abo da, guckt das Video bis zum Ende und jetzt viel Spaß. Wir müssen heute wieder alle Spinnen töten. Guckt euch das mal an, drei Monate später. Wir sind hier in so einem Büro und die Stadt sieht immer noch ziemlich kaputt aus. Da drüben noch die Fenster zugeschlossen und so. Okay, okay, wir gucken mal. Aber Spinnen dürfte es jetzt eigentlich keine mehr geben. Wir haben hier auf jeden Fall noch eine Mission offen. Mal gucken, ob wir hier irgendwas machen können. Wir gucken mal. Ne, guck mal, der Tracker ist auch komplett klar. Spinnen scheint es hier nicht zu geben. Okay, wir gehen mal ein bisschen weiter. Mal gucken. Anscheinend haben wir es auf jeden Fall rausgeschafft aus dem Bunker letztes Mal. Mal gucken, was haben wir hier in den Schubladen? Ist da, okay, eine Batterie. Sehr gut, die nehmen wir mal mit. Die können wir nämlich immer gut gebrauchen für den Tracker. Für die, die es verpasst haben, ich kann jetzt in meinem Tracker, in meinem Spintracker, einfach Laser schießen und damit Sachen anzünden. So, wie sowas zum Beispiel. Also, hier haben wir eine Mission. Öffne das Büro deines ehemaligen Partners. Das muss das Büro sein. Und guck mal, da ist so ein Symbol. Was ist das? So eine Musikanlage oder sowas. Das finden wir hier unten. Guck mal hier. Vermisst, vermisst, vermisst. Bitte helfen. Vermisst hier so einen Hund. Oh mein Gott. Okay. Was ist denn hier passiert? Der Omega-Plan? Okay. Also, hier sind auf jeden Fall krasse Sachen passiert. Das scheint hier... Oh mein Gott, wie sieht das hier aus? Die ganze Stadt noch in Schutt und Asche. Alter, da drüben ist Atomkraftwerk auch komplett explodiert. Okay, was haben wir hier? Öffne das Büro auf der unteren Etage. Das ist ja einfach nur das hier, das Büro, oder nicht? Guck mal, da brauchen wir anscheinend auch so eine Musikbox hier. Aber wo kriegen wir die? Gute Frage. Guckt euch das mal an, wie krass das hier alles aussieht. Hier ist noch so eine Stromanlage. Was ist denn das hier? Eine Batterie nehmen wir noch. Der letzte Tanz. Hier spielt die Musik. Gesperrt. Weitere... Okay. Äh, was genau muss ich denn dafür machen? Ich muss da irgendwie ins Büro reinkommen. Das scheint hier so ein Extra-Level zu sein. Aber wie genau machen wir das jetzt am besten? Es ist ungefähr eine Stunde vergangen. Ich habe jetzt in allen alten Levels, die wir jemals gespielt haben, so kleine Side-Missions noch machen müssen. Die habe ich jetzt alle fertig. Und jetzt kann ich da oben die Bürotür öffnen. Ich bin sehr gespannt, was da drin sein wird. Ich habe noch nicht reingelunzt. Also mal gucken, was uns da oben erwarten wird. Also, hier hinter soll das sein. Ja, da. Und hier habe ich noch irgendwas gesehen. Eine Batterie nehmen wir noch mit. Okay, die Tür geht auf. Ich musste hier diese Boxen... In jedem Level sind ja immer diese Boxen gewesen. Ich musste die aus allen alten Levels nochmal wiederholen und nochmal neu machen. So, was haben wir hier? Ein Upgrade. Abschiedsgeschenk. Batterien. Gänse-Modus aktiviert. Was ist denn das jetzt? Schwarzlicht. Guck mal hier! Für die ganz Aufgeweckten unter euch, die auch alle Folgen schon geguckt haben, die wissen, dass ich diese Symbole gebraucht habe, um bei diesem einen Garten-Level da reinzukommen. Also, aber ich weiß gar nicht genau, sind jetzt hier irgendwo überall alle Symbole an den Wänden oder was? Ist hier noch was? Ne. Die ist wahrscheinlich in jedem Level irgendwo immer so eine Sache verteilt oder sowas. Also, das war auf jeden Fall in diesem einen Raum. Okay. Gänse-Modus aktiviert. Was auch immer das sein soll. Ne? Ich habe gar keine Ahnung. Spinnen gibt es hier auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach nochmal in den anderen Raum rein. So. Gucken wir mal rein, was da drin ist. Ne? Hier sind hier irgendwelche Spinnen. Ne? Gar nichts. Okay. Gucken wir mal. Was ist jetzt hier drin? Fundgrube. Nochmal ein Upgrade. Dann haben wir hier noch so Batterien. Aparacho-Visier. Was soll das denn sein? Was ist das denn? Was ist denn das für ein Teil? Was ist das? Sägewerfer. Was? Guck mal. Wow. Der schießt explodierende, brennende Sägen. Ähm. Cargo-Hose haben wir gefunden. Sehr gut. Und hier noch so Exklusiv-Fässer. Okay. Also ich muss es auch nicht verstehen. Ne? Das ist anscheinend die krasseste Waffe, die man hier im Spiel finden kann. Und jetzt gibt es hier noch eine finale Aufgabe. Oder was? Ähm. Ach nee. Das geht erst, wenn wir noch alle fertig haben. Ich hatte nämlich noch nicht alle fertig. Zwei fehlt mir nämlich noch. Ach nee. Wo sollen wir das denn jetzt alles finden? Sag mal. Hm. Gute Frage. Ich habe ja die Schwarzlichtlampe gefunden. Und die zeigt uns ja hier. Ich zeige euch das mal. Ein Symbol an der Wand. Und diese Symbole finden wir in jedem Level, das wir bisher gespielt haben. Deswegen werde ich jetzt einmal alle Level durchgehen. Immer mir die Symbole hier aufschreiben. Und dann versuchen, ganz am Ende den Bunker zu knacken. Und das wertvollste Item in ganz Guild with Fire zu finden. Also. Hier haben wir in der Mitte. Ich mache mir hier mal so ein kleines Bild. Wir haben hier in der Mitte das Molotov-Cocktail. Okay. Molotov. Okay. Okay. Das ist jetzt Symbol Nummer 1. Dann müssen wir durch neun Level durchgehen, damit wir alle neun finden. Nach ca. einer halben Stunde hier rumgucken, Freunde, habe ich den Spot gefunden von der nächsten Location. Und zwar hier in der Mülltonne. Einfach so da drin. Ein Revolver. Okay. Dann schreibe ich hier Revolver auf. Okay. Habe ich notiert. Ich bin gespannt, ob wir noch die Level auf den anderen Karten finden werden. Es geht weiter. Das hier war das allererste Level, Freunde. Und hier müssen irgendwo die nächste Kombination dafür sein. Aber wo genau finden wir die? Hier. Oh mein Gott. Da seht ihr es. Auf dem Schrank. Oben rechts. Raketenwerfer. Ich schreibe auf. RPG. Oben rechts. Okay. Habe ich notiert. Ich bin gespannt, ob wir hier alle finden werden. Ich bin hier gerade auf der Suche in diesem, keine Ahnung, in diesem Werkstattraum. Ich glaube, hier irgendwo muss das auf jeden Fall sein. Dieses... Da, der Wand. Hier. Hier ist es. Der Rasenmäher. Unten rechts. Okay. Ich trage ein. Unten rechts haben wir den Meer. Ja. Okay. Also wir haben jetzt schon vier Sachen. Insgesamt brauchen wir neun. Also fast die Hälfte. Sehr gut. Aber ich sage auch ganz ehrlich, Freunde. Ich brauche jetzt schon irgendwie zwei Stunden suche ich hier schon rum für die ein, zwei Sachen hier. Und habe die auch nicht gefunden. Also mal gucken, ob wir alles zu Ende finden. Ungelogen. Ich habe jetzt hier bestimmt mindestens 25 Minuten rumgesucht und habe es jetzt hier gefunden. Unten haben wir in der Mitte auch den RPG. So. Eingetragen. Damit ist dieses Level hier auch fertig. Ich bin gespannt, wo es auf den anderen ist. Ich hoffe, wir werden alle finden. Kann aber auch sein, dass wir nicht alle finden. Aber guck mal, wie schwer das ist. Das ist auf... Du kannst auch nichts im Internet gucken. Das ist auf jeder Karte immer woanders verteilt. Also hier. Da sieht man es jetzt ganz gut. Aber ich habe hier gerade auch alles abgesucht. Und auf dem Weg zurück hier habe ich es gerade gesehen. Also Glück gehabt. Auf der nächsten Map angekommen. Auch hier habe ich wieder mega lang gesucht, bis ich es hier an der Wand gefunden habe. Ich habe das komplette Büro auf den Kopf gestellt. Also wir haben oben in der Mitte ein Molotow-Cocktail. Habe ich hier bisher aufgeschrieben, Freunde. Ich bin gespannt. Uns fehlt noch drei Symbole. Mal gucken, ob wir die auch noch finden. Ich hoffe, ja. Ich hoffe, ihr lasst hier auf jeden Fall mal einen dicken Like da. Weil jetzt gerade beträgt die Aufnahme irgendwie schon über zweieinhalb Stunden. Im Bunker angekommen, Freunde. Habe ich rumgeguckt und direkt im ersten Raum hier vorne, da hier auf diesem Whiteboard hinten drauf versteckt. Unten links ein Staubsauger. Okay. Äh. Wie schreibe ich hier auch mir nochmal auf? Okay. So, jetzt hier noch zwei Symbole. Und dann haben wir das krasseste Puzzle in diesem kompletten Spiel einfach gelöst. Ich bin im Garten des Bösen. Wer von euch erinnert sich nochmal an dieses Level? Ich wollte hier gerade rumgucken. Habe hier gerade angefangen, die üblichen Spots abzuchecken. So hier die Ecken. Hier dahinter. Und dann checke ich auf einmal hier vorne an der Seite ist es auch direkt. Schon wieder ein Staubsauger. Oben links. Und damit haben wir alle komplett außer einer. Und ich glaube, wir können durchklicken. Das heißt, wir brauchen den letzten gar nicht mehr finden, welcher das ist. Sondern wir probieren es einfach aus. Ich weiß nicht genau, ob ihr euch an dieses Level hier erinnert. Genau hier war dieser Bunker. Ich zeige euch einmal ganz genau, wo der jetzt war. Der war nämlich da vorne in so einer Tür drin, glaube ich. Genau. Hier ist dieser Bunker. Das ist diese Tür. Und da unten ist irgendwie so eine mega krasse Geheimwaffe. Ich gehe mal runter. Hier ganz schön dunkel. Genau. Und hier sind diese Symbole. Okay. Also. Wir testen aus. Wir haben das erste Symbol. Oben rechts ein RPG. Ich habe hier alles schön aufgeschrieben wie so ein Schüler. Okay. Warte mal. Ein RPG haben wir hier am Start. RPG. Hat jetzt auch lange genug gedauert. Ich schätze mal so über... Keine Ahnung. So zweieinhalb, drei Stunden habe ich wahrscheinlich insgesamt gebraucht. RPG. So. RPG. Dann haben wir... Einen Revolver als zweites. Jo. Dann haben wir ein Mäher. Also ein... Warte mal. Hier so ein Mähdrescher. Äh. Ganz kurz. Der da. Okay. Dann haben wir nochmal ein RPG. Ähm. Und zwar... Warte mal. Welchen haben wir denn hier? Der kam hier ziemlich am Ende, glaube ich. Der RPG. Warte. Hier. Genau. Noch ein RPG. Dann haben wir hier ein Molotov. So. Da ist es. Und dann haben wir oben nochmal ein Molotov. Kurz durchklicken. Haben wir auch. Und dann haben wir hier einen Sauger. Okay. Ich bin sehr gespannt, was da drin sein wird, ne? In diesem Raum. Einen Sauger. Und dann haben wir hier nochmal einen Sauger. Okay. Und das müssten eigentlich alle möglichen Sachen sein. Und jetzt müssen wir hier nur durchklicken, bis wir irgendwas finden, was sozusagen die Tür direkt aufgeht. So. Das ist es nicht. 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 Mh. Müssen wir irgendwas aktivieren? Ne. Hä? Wir müssen doch hier nur einmal alle durchklicken, oder nicht? Ja. Wow. Ist passiert was. Oh mein Gott. Die Bogertür geht auf. Und was ist das denn? Was ist denn jetzt hier? Guck mal. Hier erstmal Omega-Akten. Wichtig. Hier. Was haben wir hier? Okay. Das geht nicht. Einfach ein Schuh. Oh mein Gott. Das ist die stärkste Waffe im ganzen Spiel. Ein Schuh. Aber was genau bringt der jetzt? Oder was genau kann der? Warte mal. Ich muss hier mal irgendwo einen Spinnlist finden. Hier höre ich doch ganz viele. Hier irgendwo ist doch... Ja. Das glaube ich nicht. Die übliche und beste Waffe, um Spinn zu töten, ist ein Schuh. Und dafür habe ich jetzt zweieinhalb oder drei Stunden meines Lebens gehabt, um einen Schuh zu finden. Ähm. Und das sehe ich noch nicht ganz so ein. Warte mal. Was kann der Schuh? Denn der kann doch bestimmt... Okay. Ich muss hier, glaube ich, mal ein paar Spinnen mit killen. Also der schlägt auf jeden Fall schon mal ziemlich, ziemlich schnell. Aber jetzt nicht krass schneller als irgendwie mein Brett oder sowas, die ich sonst immer benutzt habe. Hier. Komm. Jetzt habe ich dich gleich. Du Blöde. Wieso muss ich hier auch treffen, die Spinne, bis sie stirbt? Alter. Ich muss hier das Gefühl tot aber treffen. Hier. Da läuft sie noch. Warte mal. Ah. Jetzt komm schon. Oh. Und. Alter. Ich habe die schon zehnmal getötet. Jetzt ist sie tot. Und jetzt hier auch alle ganzen kleinen Spinnen. Jetzt habe ich schon zwei Kills mit dem Schuh gemacht. Aber. Mal ganz im Ernst. Ich habe jetzt hier gerade drei Stunden rumgesucht für einen blöden Schuh oder was? Ich kann es nicht ganz so glauben. Und deswegen. Oh. Der Kürbis, der läuft hier aber rum. Deswegen schieße ich jetzt hier einfach mit diesen geilen Sägen rum, Freunde. Ich sage es euch. Ich habe einfach original irgendwie, keine Ahnung, drei Stunden rumgesucht. Oh Gott. Schön wieder alles einsammeln. Guck mal. Das ist das Coole an diesem Sägeding. Das hat so ein Tool. Und zwar kann ich hier drücken. Bam. Jetzt. Und jetzt habe ich alle Sägen wieder parat. Also, das ist auf jeden Fall auch eine krasse Waffe. Ich muss sagen, dass diese Waffe, die wir hier freigeschaltet haben, ist sogar noch krasser. Was höre ich hier? Alter, die Spinnkolonie oder was? Hier überlebt nicht eine einzige. Habt ihr das verstanden? So, schön wieder aufsaugen hier. Also, diese Waffe ist sogar noch krasser als der Schuh. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass die krasseste Waffe oder die krasseste Möglichkeit, eine Spinne zu schlagen, nicht ein Buch ist, sondern ein Schuh. Okay. Naja, ich meine, wie sollte man es denn sonst auch sonst machen? Ich würde sagen, Freunde, das war das Finale von Kill it. Freunde, wir sind drinnen. Und guckt euch das mal an. Wir sind hier anscheinend im Hintergarten unterwegs. Und es gibt wieder einiges zu tun, ja. Die Spinnen sind wieder ausgebrochen. Und, äh... Sag mal. Die Orangenkiste. Was macht die Orangenkiste da? Okay. Also, wir haben hier anscheinend auch neue Spinnen am Start oder sowas. Und wir haben auch direkt die Missions. Und zwar Königsmord. Töte Spinnenkönigin. Okay. Die scheinen auf jeden Fall neu zu sein. Und schneide und verbrenne. Heuballen. 15 Stück. Ähm, okay. Wir haben ja hier einen kleinen Flammenwerfer am Start. Wo genau sind die Heuballen? Na, die sehe ich doch. Dann zünden wir die hier mal an auf ganz entspannt. Machen wir mal ein bisschen Feuer ran. So, hier. Da können wir noch nicht rein ins Gewächshaus. Also, irgendwo laufen hier halt die ganze Zeit die Spinnen rum. Und die wollen wir halt auch alle finden für die, die das Spielprinzip noch nicht kennen. Wir wollen die Spinnen alle töten hier, die hier rumlaufen. So, zum Beispiel hier. Warte mal, hier ist noch eine Mission. Ähm. Lass den Amboss auf eine Spinne fallen. Uh. Interessant. Okay. Okay, okay. Oh, Mr. Pelikan. Sind sie umgefallen oder was? Ist hier irgendwo eine Spinne dran? Nö, da nicht. Okay. Aber wir können mal gucken, ob wir hier irgendwo eine finden. Nö, was? Was ist das denn? Eine Bl... Das ist so eine unsichtbare oder sowas, ne? Warte mal, da brauche ich schnell... Da brauche ich anderes Geschütz. Das habe ich da noch so ein Colt. Und... Habe ich sie getroffen? Ich glaube ja. Weil sie jetzt ganz schnell rumläft. Oh Gott. Wo ist sie? Da hinten läuft sie. Äh. Äh. Nochmal getroffen. Sehr schön. Oh Gott. Oh, komm schon. Die haut ab. Ja. Das blöde Vieh. Und bam. Das war es mit ihr. Aber was genau? Was ist das für eine Spinnensorte? Die keine Spinnenart. Die kenne ich noch gar nicht. Oh, was ist denn das hier? Oh, das können wir fast schon... Das können wir gleich später auch noch aufmachen. Wahrscheinlich irgendwie ein neues Werkzeug oder so. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool. Hier. Okay. Ich sage euch, in der Scheune sind bestimmt noch ein paar mehr Heuballen, ne? Die wir dann auch abarbeiten müssen. Aber wo genau finden wir diese Königsspinne? Hier in diesem Fass drin irgendwo? Hallo, Mr. Königsspinne. Anscheinend da drinnen nicht. Mhh. Können wir das schon aufmachen? Ne. Da müssen wir noch viel mehr Spinnen für töten. Hier höre ich doch was. Was ist das hier für ein Rad? Okay. Also hier geht auf jeden Fall einiges zu entdecken, Freunde. Wir haben wieder ein paar kleine Missions am Start. Aber erstmal würde ich sagen, lass uns mal ein paar Spinnen finden. So, wir holen unseren Spinnentracker raus. Na, du kleine Spinne. Willst du den Stress oder was? Hier eine Batterie. Die nehmen wir nochmal mit. Oh. Wow. Kein Entkommen hier. Hier gibt es kein Entkommen. Habe ich hier gerade eine Spinne? Oh, für dich gibt es hier kein Entkommen. So. Das war es mit euch, Freundchen. Ich will... Ihr nervt mich hier ganz schön. So, lebt ihr noch hier? Ne, besser ist auch. Hier gibt es hier... Überlebt keine Spinnen. Habt ihr das verstanden? Auch hier hinter den Töpfen. Hier überlebt keine. So, aber wir haben das... Das habe ich hier gerade gehört. Hier unten drunter. Unter einem von diesen Steinen ist die Spinnen. Da ist sie. Und zwar eine unsichtbare. Ich schmeiße hoch und in der Luft. Okay. Oh. One Hit. Wir haben sie direkt wegbekommen. Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Wir machen mal das Gewächshaus auf. Was genau finden wir hier? Wir haben eine Königsschminne schon getötet? Ähm. Okay. Wenn, dann nicht bewusst auf jeden Fall. Was ist das hier? Shotgun Muni. Und was ist das hier? Oh, da hockt auch eine. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Ah. Du bleibst hier? Ja. Und das war es auch mit dir. Ah, lol. Das ist die Königsschminne. Und da kommen jetzt viele Babyschminnen raus. Und da ist noch eine. Was ist das denn? Hey. Was soll das denn? Aua, Mensch. Die schießt mir hier mit ihrem Springfaden ab. Uiuiuiui. Hier ist doch bestimmt irgendwo noch eine Königsschminne. Da ist sie. Die Königsschminne. Ah. Und noch ein letztes Mal, oder? Noch einmal treffen. Komm schon. Und jetzt. Wow. Wir haben die Mission fertig. Sehr schön. Und auch alle Babys haben wir geholt, Freunde. Damit ist die erste Mission schon mal fertig. Ernte Gemüse. Okay. Das ist ja kein Problem. Hier. 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 Komm. Holen wir mal ganz kurz alles raus hier aus der Erde. Das wird hier mal ganz schnell. Das wird hier quick geerntet. Das ist hier ein Schnellernter. Hier wird nicht die Zeit verschwendet. So. Hier die ganze. Der ganze Kohl, Freunde. So. Bam. Und damit sind alle Gemüsesachen fertig. Wir haben die Ernte original fertig. Dann lass uns mal reingehen in die Gersche. Was finden wir hier drin? Vielleicht einen Rasenmähtrecker oder sowas? Oh. Oh mein Gott. Einfach kein Rasenmähtrecker, sondern einfach einen richtigen Trecker. Und wir haben auch neues. Oh Gott. Was ist hier? Flashgranaten? Ähm. Die schmeiß ich mal da rein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Und jetzt ist die geflasht. Wie das aussieht. Das kann die gar nicht sehen. Und ich kann die hier in Ruhe killen. Das war's mit ihr. Oh Gott. Hier ist es echt ganz schön dunkel, ne? Was haben wir hier? Und welche Akten? Oh Gott. Das war eine Mutterspinde. Sehe ich gerade. Ähm. Okay. 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 Was haben wir hier noch? So Werkzeug. Alles klar. Dann haben wir hier noch. Du bleibst hier, Freundchen. Ich würde mit dem Trecker gerne mal... Hey! Du bleibst auch hier. Hier wird nicht rumgesprungen. Hast du das verstanden? Hier ist noch ein Heuballen. Okay. Mit dem Trecker können wir anscheinend nicht fahren. Aber wisst ihr, mit was wir zum Trecker fahren können? Ganz genau. Und zwar können wir mit diesem Trecker hier fahren, Freunde. So mit dem Rasenmähtrecker. Wo sind denn hier die Spinnen? Didi, 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 didi. Also wir haben auch... Oh Gott. Da ist eine. Und bam. Okay. Die haben wir mal auf ganzes Mal überfahren. Wir haben auf jeden Fall noch so eine Side Mission. Und zwar müssen wir 20 Töpfe kaputt hauen. Na, das ist doch kein Problem für uns. Hier. Porzellan mache ich gerne kaputt hier. Hier oder Ton oder was auch immer das ist. Hier noch diese Töpfe. Oh Gott. Die wollte ich schon immer mal kaputt machen. Hier unten die ganzen Töpfe. Oh, sogar noch eine Spinne erwischt. Ja, sehr schön. Hier noch einen Topf. Den nehmen wir auch mit. Hier höre ich das doch schon wieder krabbeln. Uh, da ist eine. Hier ist doch ein Mutterfiel wieder. Das sehe ich doch sofort. Wie kann ich mir den Ambus nehmen? Zerschlage, zerschneide und verbrenne Heubahn. Also einer fehlt mich. Ich nehme mal an, dass der da drin ist. Okay, lass den Ambus auf eine Spinne fallen. Aber das Ding ist, wie kann ich denn den Ambus hochheben, ist die Frage. Was haben wir hier noch? Hier haben wir so Holz. Okay. Kann ich ihn vielleicht anzünden, den Ambus? Ah, mit dem Luftballon. Lol. Ja, guck mal. Ne, ne? Das glaube ich jetzt nicht. Guck mal da. Kann ich das jetzt hochheben auch? Oder wie funktioniert das? Da müssen noch mehr Luftballons an, glaube ich. Warte mal, warte mal, warte mal. Ähm. Ja. Und wenn da jetzt eine Spinne gleich drunter ist, dann mache ich die Luftballons kaputt. Und. Nein, das hat nicht gereicht. Oh Gott. Ich muss halt alle Luftballons am besten auf einmal erschießen. Und. Warte mal, ich mache da am besten jetzt mal was. Ich kann da so Futter drunter machen. Und dann kommen die da hin. Warte mal. Ja, hier, hier, so drunter. Ja. Kommt ihr, kleinen Spinnen. Und jetzt. Ja. Ich hab geklappt. Oh mein Gott. Guckt's euch an. Ich hab die einfach komplett fortgedrückt. Also mit den Luftballons können wir anscheinend Sachen hochheben. Also wir haben echt richtig gute Missions schon fertig. Komm, wir können da rein. Oder auch mal ein Stixi. Die Stixi-Glo geht noch nicht. Gehen wir hier rein. Ich glaube, hier müsste noch ein Heuball drin sein. Also ich hoffe es zumindest. Und wir haben auch eigentlich schon ziemlich gute Missions fertig. Komm, wir machen auf. Und noch einige Heuballen. Die Musikanlage auch am Start. Hier noch so eine Box. Wow. Das ist hier alles an Munition. Und auch so Maschinengewehr. Nee, ne? Ich glaube, dann weiß ich, was in dieser Box, in diesem Kasten ist. Warte mal. Ich brauche hier mal ganz kurz den Flammenwerfer. Wo ist der? So. Und jetzt hüten wir hier nochmal alle Heuballen an. So. Und kriegen original auch alles mögliche an Punkten. Ich hoffe, wir können diese schwarze geheime Box, die da war, jetzt aufmachen. Und ich glaube auch, ich weiß, was da drin ist. So, warte mal. Wir machen auf. Ich glaube, da ist einfach so ein Maschinengewehr drin oder so. Das wäre halt Geisteskrank. Warte mal, guck mal. Und. Ja. Oh mein Gott. Wir haben einfach ein Maschinengewehr freigeschaltet. Ein Maschinengewehr freigeschaltet, mit dem wir auf die Spinnen schießen können. Und hier die ganzen Magazine. Jetzt haben die auch einen Sinn. Ähm, wo sind die Spinni, 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 Spinni. Da, das Muttertier. Und dann direkt alle. Hier, ihr bleibt hier. Habt ihr das verstanden? Nachladen. Schnell nachladen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier, da krabbelt noch eine drunter. Unter dem Snickers. Versteckt die sich. Oder unter dieser komischen, ja. Unter dem komischen Ding. Oh. Die haben wir. Was haben wir hier? Hier, da drüben läuft noch eine. Du kriegst nicht. Du kannst keinen kommen. Was war das denn? Töte Spinni mit dem Revolver, ohne nachzuladen. Wow. Hier. Okay, ich lade nicht nach. Da nehmen wir noch eine mit. Und da, ich. Okay, jetzt muss ich nachladen. Mit dem Revolver. Wir sollen fünf Stück töten, ohne nachzuladen. Okay, das heißt, wir müssen genau zielen. Ähm. Nehmen wir die hier. Die hier. Oh, jetzt habe ich es schon wieder verhauen, oder? Ja, und sobald ich nachlade. Ich habe noch 30 Sekunden Zeit für diese Mission. Dann kriege ich irgendwie so einen seltenen Handschuh oder sowas. Hier, die Mutter. Die holen wir uns. Und bam. Und? Ja, hat das jetzt was gebracht? Ne, aber wir müssen ein bisschen darauf warten, dass die stehen bleiben. Hä? Ich habe doch gar nicht nachgeladen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich treffe die halt nicht mal. Wir probieren es noch einmal. Ich starte rein. Und jetzt nehmen wir hier diese Käsebällchen. Machen die hier ordentlich hin. Dann müssten die jetzt alle da hinlaufen. Ja, sehr schön. Geht mal alle ran da. Ich lade einmal nach. Und jetzt müsste ich eigentlich... Oh mein Gott, die futtern die alle auf. Lade nach. Lade doch nach. Jetzt sind die alle schon wieder weg. Oh verdammt. Jetzt muss ich doch mal Käsebällchen da hin machen. So, komm. Oh Gott. Und jetzt stellen wir den Revolver. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Komm, wieso geht das nicht als Punkte? Fünf. Oh mein Gott. Jetzt habe ich doch schon so viele getötet. Ähm. Oh Gott, oh Gott. Töte alle Spinnen, ohne nachzuladen. Und bam. Hä? Ich habe jetzt halt gerade fünf. Jetzt habe ich auch keine Munition mehr. Drei. Zwei. Eins. Und. Äh. Komm, hier. Da brennen die ganzen Spinnen. Ja. So sollt ihr auch brennen, Freunde. So sollt ihr auch brennen. Bam. Bam. 58 Spinnen, Freunde. Konnten wir einfach mal töten. Die Challenge habe ich nicht geschafft. Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, dass ich die nicht geschafft habe. Auch du glaubst dran. Und auch du da. Wo ist sie jetzt? Hier war doch eben gerade noch eine. Hier sind noch einige. Hier am Stuhl. Bam. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Hier das Magazin. Können wir uns das auch noch nehmen? Ich glaube ja, ne? Hier, nehmen wir uns das. Ah, ne. Wir haben anscheinend genug Munition oder sowas am Start. Aber, Freunde. Ich weiß nicht genau, wie man diese Challenge macht. Wir gehen raus. Über 60 Spinnen konnten wir töten. Und ich sag mal ganz im Ernst, Freunde. Wow. Wo bin ich denn hier? Guckt mal. Hä? So ein Foyer oder sowas? Okay. Also, es geht auf jeden Fall darum, glaube ich, heute die Spinnen zu finden. Aber wo sollten wir hier? Ne. Wir sollen hier die Vase aufsammeln. Aha. Und jetzt können wir hier rum. Ah. Dann kann man sozusagen hier rumgucken, ob die hier irgendwo sitzen oder so. Ah. Okay. 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 Wow. Yo. Was ist das denn? Da ist ja schon direkt. Alter. Wo will denn die hin? Okay. Okay. Die zieht direkt mal durch. Ich mach mir hier lieber mal zu. Check hier die anderen Dinger auch noch mal ab. Nicht, dass hier auch noch irgendwas hockt. Aber, ne. Alles gut. Ich soll hier irgendwie. Okay. Gehen wir mal rein. Ich soll hier. Was soll ich hier nehmen? Okay. So ein Brett oder was? Aha. Okay. Da steht also meine Aufgaben sozusagen. Töte eine Spinne. Aufgabe Nummer 1. Ich bin mal gespannt. Ich kann direkt damit schlagen. Ich bin mal gespannt, ob ich das schaffe. Also, wir können hier. Ihr seht das schon. Wir können hier sozusagen alles Mögliche suchen und so. Ähm. Wo könnte sich hier. Hier höre ich doch was. Wo könnte sich hier die Spinne verstecken? Ich würde fast sagen. Wow. Da ist sie. Hey. Ja. Ich hab sie. Ich hab sie. Oh Gott. Sehr gut. Alter. Da ist sie auf einmal da langgekrabbelt. Sag mal. Okay. Also, Mission Nummer 1 haben wir schon mal geschafft. Jetzt soll ich hier irgendwo reingehen? Hier? Soll ich hier rein oder was? Okay. Er macht es anscheinend auf. Oh. Also, die haben wir nicht die Spinne. Freude. Ist schon mal ordentlich weggeholt hier. Und hier höre ich doch schon wieder rumgequieke. Hier. Bei der Glotze. Oder was ist das hier? Hä? Was ist das denn? Der Spider-Tracker? Lol. Okay. Guck mal. Damit können wir sozusagen gucken, wo die nächsten Spinnen sind. Finde alle Spinnen. Okay. Oh. Er geht los. Hier irgendwo müssen die sich... Hey. Da wirst du wohl. Wirst du wohl. Ja. Okay. Getroffen. Und eine. Hier ist noch eine. Sag mal. Das ist ja ein richtiges Nest. Hey. Sag mal. Was ist denn hier? Die Horde. Die Spinnenhorde. Äh. Sehr schön. Die haben wir auch geholt. Sehr gut. Äh. Wir sollen noch mehr Equipment finden. Äh. Okay. Hier. Ist das Equipment? Ach nee. Aber das ist so ein Football, ne? Können wir den auf eine Spinne schmeißen? Das wäre ja auch lustig, ne? Wenn ich zum Beispiel so... Äh. Okay. Aber bringt nichts. Aber lassen wir das hier aufmachen. Das geht auch. Okay. Hinten können wir uns auch. Also, ihr seht zusammen das Prinzip. Wir müssen alle Spinnen killen. Denn in meiner Bude sind die Spinnen... Spinnen los. Lol. Einfach so. Ich höre doch hier schon wieder Spinnen. Ja. Ich höre doch hier schon wieder Spinnen. Hier drin. Was ist das denn? Da sitzt sie. Hey. Wow. Ich habe einfach Wurfstände. Los. Komm. Ja. Ich habe sie getroffen. Sehr gut. Okay. Die Spinne ist auch down. Sehr, sehr schön. Sieben Schuss haben wir noch. Aber. Die Maschine schlägt weiter aus. Ich sage euch. Hier ist noch irgendwo eine. Ähm. Okay. Wir haben die Aufgabe. Wir sollen Bücher auf die Spinne schmeißen. Aber wo sind jetzt hier die nächsten Spinnen versteckten? Hier irgendwo dran. Alles gut. Hier. Hinter der Glotze. Ich höre doch hier was. Wow. Hey. Das ist ja ekelhaft. Wo. Wo ist sie jetzt? Wo ist sie jetzt? Wo krabbelt sie? Da ist sie. Äh. Wow. Jam. Los. Zwei Stück. Ich bin so schlecht im Treffen. Oh mein Gott. Nur noch ein. Ein Versuch. Und dass auch das Ding ich getroffen habe. Ja. Wichtig. Mit dem letzten Stern getroffen. Und du auch hier hinten. Aha. Aha. Was willst du mal? Wie? Ich habe die nicht getroffen. Okay. Da krabbelt sie rum. Dann sammle ich mal ganz kurz die Steine hier auf. So habe ich noch ein paar mehr Versuche. Dann sollte sie sich da von mir aus verstecken. Ja. Ich habe nämlich noch die Aufgabe, glaube ich. Warte mal. Wo sind jetzt die Bücher? Da. Ich habe noch die Aufgabe, die Spinne mit einem Buch abzuwerfen. Warte mal. Ist sie jetzt da? Da ist sie in der Ecke. Mh. Komm schon. Mh. Na komm schon. Ich muss sie doch treffen. Ich sehe sie da doch. Hier jetzt. Ah. Wieso treffe ich die nicht? Hä? Oder ist sie schon tot? Ne. Da ist sie doch jetzt. Ja. Getroffen mit dem Buch. Nochmal. Komm. Nochmal. Da hinten ist sie. Ich habe sie da in den Raum reinlaufen sehen. Hier drin ist sie. Aber wo hier drin? Da ist sie. Hey. Oh Gott. Oh Gott. Zwei Stück. Getroffen. Oh ja. Ich habe eine weggeholt mit den Büchern. Sehr gut. Das heißt, ich habe mich für die Challenge schon mal geschafft sozusagen. Hä? Schmeiß ein Buch auf sie. Habe ich doch geschafft, ey. Wo ist jetzt hier die Spinne? Wow. Sag mal. Da fallen die alle von oben. Komm schon. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Los. Ja. Getroffen. Sehr gut. Okay. Ich hoffe, dass wir jetzt alle spinnen hier in meiner Bude. Ich sehe, dass hier noch irgendwo eine rumläuft. Hier irgendwo. Ja. Ja. Hier was scheint was drin zu sein. Ich mache mal auf. Hier ist glaube ich das Badezimmer oder so. Hier scheint es reinzugehen. Mal gucken, was ich hier drin. Oh Gott. Was ist da denn? Ein Radio. Hey. Ah. 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 Oh nein. Ich brauche schnell meine Bohrsterne. Hier. Ach. Komm man. Jetzt ist sie abgehauen. Verdammt. Wieder aufsammeln hier. Ich höre doch hier noch was. Was ist das denn? Lol. Lol. Was ist denn das? Wow. Die brennt. Die brennt. Lol. Ey. Die brennt einfach. Da ist sie. Brennen. Du blöde Spinne. Ich zöne hier mal ganz kurz alles an. Was ist da noch? Okay. Da sind noch mehr so Tanks oder sowas. Hier noch Schubladen. Okay. Rasierer. Ja. 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 Alles gut. Ich brauche jetzt hier mal wieder die Flammenwerfer. Wo ist der? Wieso habe ich den nicht mehr? Wo ist denn der jetzt? Irgendwo verstecken sich hier die Spinne. Und ich würde fast sagen, dass die hier in dem Raum drin sind. Oder? Ja. Hier irgendwo müssen die sein. Wisst ihr was ich sage? Ich sage einfach nur das hier. Brennen. Da ist sie. Hat sie mich schon ausgetrickst hier? Da verbrennt sie gerade. Wow. Da brennt sie. Und ja. Wir haben sie sehr gut. Da ist sie gerade verbrennt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr wichtig. Okay. Was können wir jetzt hier noch machen? Manche hier verstecken sich noch. Da höre ich doch was. Okay. Ich dachte, da wäre was drin gewesen. Hier hinter vielleicht irgendwo. Nee. Dann nicht. Aber hier. Auch nicht. Aber ich höre doch hier noch. Ja. Hier wird die Maschine auch wild. Dann hier hinter. Da ist die Spinne. Oh Gott. Und anzünden. Ja. Alles gut. Da läuft sie. Noch mehr anzünden. Was ist hier? Ist hier noch eine Spinne drin? Nee. Sieht gerade so aus. Aber hier zünde ich mal ganz kurz das ganze Ding an hier. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Was soll ich denn jetzt noch machen überhaupt hier? Was habe ich denn noch für Missions? Äh. Ich soll noch Sachen anzünden. Okay. Warte. Das mache ich jemals. Und nicht immer das Bücherregal. Wenn auch eine Spinne noch drin ist. Ich kann auch generell mal gucken. Ey. Jetzt habe ich hier was freigeschaltet. Was ist das denn? Was ist denn da jetzt drin? Okay. Ich mache auf. Was? Eine Pistole? Ich schieße mit der Pistole auf die Spinne? Oder was? Okay. Okay. Jetzt muss ich die rausfinden. Wo hier noch irgendwo eine ist. Hier drin im Schrank vielleicht? Nein. Hier. Ja. Es wird schneller. Es wird ein bisschen schneller. Ich höre hier was. Hier. Hier am Schrank. Ich lade den Colt nach. Hier hinter irgendwo? Nee. Da nicht. Nee. Da nicht. Hier. Auch nicht. Oh. Aber ganz nah. Ganz nah. Hier dran. Nee. Das hatte ich doch gerade schon. Das hier auch nicht. Oder? Weg mit den Büchern. Die sind Eva Brand. Und tschüss. Oh. Hier. Komm. Und weg damit. Ähm. Hier drin. Nein. Ihr glaubt auch jetzt nicht, dass die Spinne in der Toilette ist. Das glaub ich nicht. Oh mein Gott. Okay. Lasst mal ein Like da, wenn die Spinne jetzt in der Toilette sein sollte. Und ich mach. Ah. Wow. Bleib stehen. Okay. 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 Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich lade nach. Ich lade nach. Wo ist hier? Wo ist hier? Zieh hier rein. Äh. Ja. Da sitzt sie an der Blume, oder? So. Das war's mit dir, du blöde Spinne. Dich haben wir auch weggeholt. So einfach ist das. Okay. Ich habe aber. Muss mal kurz gucken. Ich hab. Na, fast alle Sachen fertig gemacht. Ich müsste noch ein Buch auf die werfen. Aber ich weiß gar nicht genau, ob hier noch Spinnen. Hä? Hä? Okay. Ich weiß gar nicht genau, ob hier noch Spinnen sind. Ja? Es dreht sich schon mal ein bisschen schneller. Hier drin in den Schränken. Ne. Da ist alles sauber. Aber hier vielleicht irgendwo? Spinnis. Kommt raus. Ja. Hier irgendwo. Hä? Hier noch im Regal. Hä? Guck mal. Ne. Dann hier im Badezimmer muss ja noch eine sein. Im Handtuch? Beim Klopapier? Ne. Da nicht. Hier. Da auch nicht. Wo soll denn hier noch eine Spinne sein? Äh. Und hier ist so ein komisches Radius. Das kann ich aber noch nicht benutzen. Okay. Ich muss da noch eine Mission freischalten, damit ich es kriege. Hier in der Dusche auch nicht. Hier auch nicht. Wo sollen denn jetzt denn die letzten Spinnen sein hier? Sag mal. Hier hinter der Heizung? Ne. Da dran nicht. Und hier dran auch nicht. Aber ich sag's euch. Hier in der Ecke irgendwo. Oder hier. Meint ihr hier mit? Ne. Guck mal. Hier ist alles sauber. Also die muss sich hier irgendwo verstecken. Also irgendwo muss die Spinne hier sein. Und ich würde euch. Hey. Wusst ich's doch. Wusst ich's doch, dass du dich da versteckst, du letzte Spinne. So. Das war's mit dir. Und damit ist die Bude auch geklärt, glaube ich. Oder ist hier oben noch eine Spinne? Nein, nein. Da ist gar nichts mehr, Freunde. Ich sag euch. Wir haben, glaube ich, alle Spinnen gekillt hier drin. Ja. Sieht sehr, sehr gut aus. Also damit der Raum. Hier oben nochmal abchecken. Damit ist der Raum geklärt. Wir haben auch fast alle Missions fertig gemacht. Wir hätten noch einmal ein Buch auf die schmeißen sollen. Obwohl wir das gemacht haben, Freunde. Und müssen hier so ziemlich alle möglichen Spinnen klatschen. Okay. Unsere erste Mission ist Töte explodierende Spinnen. Für die aufmerksamen Zuschauer unter euch. Die wissen auf jeden Fall. Weil umso weiter wir kommen, umso mehr Level wir machen, umso krassere Spinnen kommen auch. Und jetzt anscheinend explodierende Stimmen. Stimmen, wahrscheinlich Spinnen, meine ich. Wo sollen die denn sein? Hier drin, hallo? Oh, lecker. Eisbären. Erdbeerensorten. Eisbären, Mann. Ich kann gar nicht reden, ey. So, wo sollen die denn hier sein? Aber hier ist irgendwie so ein wildes Radio. Was läuft hier die ganze... Ah, hier. Okay, haben wir eine neue Aufgabe gefunden. Und zwar scanne Gegenstände. Das können wir direkt mal machen. Hier ist direkt nochmal so ein Teil. Und wieder im Geschäft behebe elektrische Probleme. Also, das sind anscheinend auch die Missions. Jetzt gibt es hier anscheinend so Side-Missions oder so, die wir machen sollen. Oh, habt ihr das gehört? Ich habe hier eine Spinne gehört. Irgendwo. Hier dran nicht. Hier hinter dem... Da auch nicht. Aber hier irgendwo... Bist du bei der Milch hier drauf, oder was? Ich dachte gerade, da wäre sie. Ich dachte gerade, hier irgendwo versteckt die sich doch da oben drin. Ach, wisst ihr was? Ich zünde hier einfach mal diese Spirituosenabteilung an. So, irgendwo muss die auch dabei... Das glaube ich nicht. Jetzt zünde ich die fälschlicherweise an. Dann zünden wir hier... Da war sie! Da ist sie! Guckt sie euch an! Sie paced einfach los und brennt. Hä? War da gerade noch eine? Ich weiß es nicht genau. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas, wie ich die klatschen kann. Dann nehmen wir doch einfach mal den Colt hier in die Hand. Hallo, liebe Spinnen! Wir können ja auch den Spin-Tracker rausnehmen. Den habe ich übrigens geupgradet. Damit können wir sozusagen... Wow! Wo ist denn die gerade... Ich wollte die gerade abballern! So, du bleibst mal schön hier, Freundchen. So, wo haben wir noch mehr Spinnen? Da eine rote. Was ist das denn für eine? Bam! Oh Gott! Die explodiert jetzt! What? Was ist denn das für eine Spinne? Oh mein Gott, die ist ja mal super krank. Okay, was genau haben wir noch? Warte mal, ich mache die lieber nochmal auf. Hallo, sind hier noch... Hier muss irgendwo noch eine Spinne sein. Hier, genau hier hinter. Hinter den Müsli-Packungen? Hinter den Gläsern? Irgendwo hier oben? Ich höre die doch hier schon. Ja, da ist sie! Eine normale. Ist eine normale, glaube ich. Ja, sie hat mich gesehen. Oh, sie versucht hier abzuhauen. Ich muss noch nachladen. Nach, nach, nach! Sieh doch zu! Uh, Mann, Alter, das glaube ich jetzt nicht. Wieso braucht der jetzt so lange? Und? Ah! Eingezielter Schuss. Okay, also was genau haben wir schon gemacht? Töte, explodierende Spinnen. Dann wäre es eine von... Von acht. Oh, guck mal. Ah, ich mache hier mal auf. Da unten scheinen irgendwelche so Dosen zu sein oder sowas. So, ich nehme mir die mal. Jetzt habe ich nämlich noch mehr Flammbärfahnen. Was ist das? Ein Energy Drink? Ich trinke mal. Und jetzt? Hä? Jetzt ist meine Sicht so komisch. Okay, ja. Äh. Jetzt doodelt das hier auch noch los alles. Aber ich sage mal so, ich zittier mal ein bisschen an. Denn ich glaube, jetzt ist hier irgendwie... Hey, guck mal, das Feuer. Ich sehe das gar nicht richtig. Das war irgendwie so, als hätte ich so eine unsichtbare... Äh, nicht so unsichtbare. So eine Slow-Motion-Ansicht oder sowas. Okay, wo sind wir noch mehr Spinnen? Was haben wir denn noch so für Missions? Ähm... Scanne Gegenstände. Wie soll ich die denn scannen? Hier einfach... Warte mal. Hier so? Und jetzt hier angucken? Oder wie soll das funktionieren? Hier kann ich lustig... Kann ich gucken... Kann ich scannen, wie ich will? Ja, das bringt doch gar nichts. Was genau habe ich noch für Missions? Äh... Behebe das in die elektrischen Probleme. Na gut. Das sollten wir auf jeden Fall hinbekommen. Und bis dahin auf dem Weg treffen wir hier auf jeden Fall die Spinnen. Ich würde sagen, komm. Wir legen mal den Schalter um. Und jetzt drücke ich hier drauf. Und bam. Passiert nichts. Hier, komm. Wir machen hier einfach mal frei. Das sieht aus, als wäre hier so dieser Security-Raum. Und dann kommen wir hoffentlich hier weiter. Aha. Hier geht es anscheinend nach draußen. Und ja, da erkenne ich doch direkt schon die elektrischen Probleme. Guck mal hier. Der hat noch eine Aufgabe. Jagt den Propantank in die Luft. Hier erstmal den Strom beheben. Und jetzt... Bam! Oh mein Gott. Ich habe den ganzen Laden gesprengt. Okay. Bam! Wow! Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Ich bin doch komplett unter Schock. Von diesem Prop... Was ist das denn? Der leuchtende Beutel? Von dieser Propangas-Explosion. Und guck mal hier, diese stinkenden... Ah! Die stinkenden Müllbehälter. Und hier ist direkt noch eine Mission. Den Müll rausbringen. Wirf die Müllsäcke in die Mülltonne. Aha! Das ist eine Mission. Nummer 1 haben wir... Oh, da können wir auch die Container aufmachen. Was können wir hier noch alles machen? Sag mal. Ey, wie krass ist doch bitte gerade dieser Propantank. So, also. Nächster Müllsack. Wie viel sollten das... Oh Gott. Wie viel sollten das insgesamt sein? Hier. Bam! Rein damit. Und haben wir jetzt alles schon reingebracht? Äh... Einer fehlt noch. Ist drinnen. Sehr schön. Haben wir reingeworfen. Und haben wir jetzt alle frei? Äh... Wirf die Müllsäcke in den Container. Jetzt haben wir auf einmal zwei von fünf. Ah! Da oben ist doch ein Müllsack. Wie komme ich da denn? Ja! Ich habe ihn. Okay. Irgendwo muss jetzt auf jeden Fall noch einer sein. Ich schätze mal, dass in den Container noch einer drin ist vielleicht. Hä? Das glaube ich nicht. Alter! So! Und nicht anders. Bam! Explodierende Spinne. Komm, wir machen hier mal auf den Container. Das ist hier doch der letzte Müllsack, oder was? Anscheinend. Und bam, rein damit. Aber die mischen jetzt fertig. Vier von fünf. Es fehlt immer noch einer. Mann, ey. Ich kann nicht mehr zählen. So, weiter geht's hier. Wir müssen scannen. Wo sind die Spinnen? Hier soll eine sein. Hier sollen zwei Stück sein. Die müssen hier im Müll sein. Deswegen zünde ich die jetzt auch mal an. So, da ist sie. Ja, haben wir. Okay, sehr gut. Und bam. Das war's mit ihr. Die Müllsäcke brennen. Und hab ich da richtig gesehen? Eine Batterie haben wir da noch gefunden. Oder Shotgun-Money oder sowas war das. Was das war? Was haben wir hier noch? Ähm. Oh. Endlich der Weg nach draußen. Und hier ist das elektrische Problem. Das letzte. Bam. Und jetzt können wir einfach mal wieder rein in den Laden. Auch wenn er ein bisschen kaputt gegangen ist. Und hier bei der Tanke. Wie groß ist denn diese Map? Was können wir denn hier alles noch machen? Was ist das denn da? Was ist das denn? Das ist wie so ein Stück Seife, was dahin geflogen ist oder so. Keine Ahnung. Und da ist ein Rollstuhl. Okay. Und da ist auf jeden Fall der Ausgang. Aber was genau? Können wir hier noch? Noch Batterien? Was können wir hier noch für krasse Sachen? Das glaub ich nicht. Explosionsspinne. Und zwar zunächst die ganz kurz an. Bam. Hä? Die müsste doch jetzt eigentlich. Oh, jetzt ist sie abgehauen. Jetzt ist sie hier in die Kanalisation. Wo kommt die jetzt raus, ist die Frage. Die kommt jetzt bestimmt hier irgendwo raus oder so. Da bist du doch, mein Freund. Du brauchst hier gar nicht rumkrabbeln. Denn ich mach einmal kurz. Bam. Und das war's mit der explodierenden Stimme. Sehr schön. Also die roten sind auf jeden Fall nicht ohne. Aber was genau haben wir hier vorne noch in der Müllabfuhr? Was ist das denn? Molotow. Warte mal, dann machen wir mal ganz kurz den Molotow-Test. So, wir nehmen mal hier das Molotow raus. Und zwar hier. Bam. Und schmeißen wir einfach mal auf die Karre. So, sehr schön. Oh Gott. Oder hätten wir hier noch eine Mission machen müssen. Hier der Benzinkanister. Da! Explodierspinne! Sie hat mich gesehen! Oh Gott, sie läuft. Sie läuft. Ich treff doch. Ich muss doch eigentlich genau treffen. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Oh Gott, Feuer an der Tankstelle bestimmt gar nicht so gut. Aber nicht schlimm. Hä? Das ist fast so, als würde die gar nicht... Oh Gott. Oh Gott. Die Tanksäule brennt. Wow! Oh mein Gott. Und da ist die... Ja, okay. Jetzt ist die Tank auf jeden Fall mal komplett Schrott. Ähm, okay. Das war ich nicht. Was genau habe ich noch für Missions? Ich habe noch den Müll rausbringen. Einen Sack. Und scanne Gegenstände. Da habe ich 8,99 bisher gescannt. Das heißt, ich muss hier nur so rangehen, oder was? Jetzt habe ich direkt mehr gescannt? Ne, wie soll das denn gehen? Sag mal. Und eine Spinne habe ich hier auch übersehen. Aber irgendwo müssen wir jetzt hier... Wisst ihr, was ich mache? Wisst ihr was? Noch eine Explosionsspinne. Und die klatsche ich diesmal so. Äh! Und da ist noch eine. Äh! Du brauchst gar nicht weglaufen, mein Freund. Da ist die, sie hängt fest. Mh. Mh. So, habe ich die jetzt? Ich glaube, ja. Ja, habe ich. Sehr schön. Und dann haben wir noch den Müll rausbringen. Also, irgendwo habe ich hier noch einen Müllsack übersehen. Ist nur die Frage, wo der ist. Was ist das denn eigentlich? So ein Milchfässer oder sowas. Was ist das denn? Noch mehr Molotow und der letzte Müllsack. Und da habe ich noch eine rote Spinne. Wow! Oh Gott, hier ist ein Spinnnest. Hier. Da! Zwei Stück auf einmal. Beide getroffen. Bam! Und explodiert. Und eine habe ich aber noch übersehen. So eine Sprungspinne. So, Müllsack da hinten mal hinkommt. Und. Wow! Kopi! So, okay. Leider nicht reingegangen. Aber jetzt vielleicht. Ja, sehr schön. Müll haben wir rausgebracht. Letzte Mission. Gegenstände scannen. Und dann haben wir einfach alles geschafft. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie man scannt. Man muss hier einfach so Sachen nehmen. So was zum Beispiel. So eine Packung Müsli. Und die müssen wir hier vorne auf den Scanner packen. Bam! Und eingescannt. Können wir das nochmal scannen? Nee, das geht nicht. Hier. Nehmen wir direkt mal das hier. Bam! Eingescannt. Alter, jetzt machen wir das hier mal ganz kurz voll. So, hier. Was haben wir hier? Klopapier. Alles klar. Eingekauft. Dann nochmal eine Rolle Klopapier. Nee, komm. Nehmen wir lieber sowas hier. Klopapier hatten wir schon. Hier nochmal eine Konserve. Bam! Was haben wir hier noch? Ein Snickers. Alles klar. Kein Problem. Und auch nochmal einen Twix. Jo. Nehmen wir auch mit. Und sah aus wie nach Diergummi. Was ist das denn hier? So ein Salmiak-Bonbon. Alles klar. Nehmen wir das nochmal hier. Ich will scannen. Er sagt voll oder was? Selbstbedienungsladen. Zehn Gegenstände. Zu entfernen. Ah, okay. Ich muss hier Sachen entfernen oder was? Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich wollte hier gerade Sachen rauslöschen. Weil man darf immer nur zehn Sachen kaufen. Und dann habe ich dabei aus Versehen hier dieses Sprühfeuer in der Hand gehabt. Ich würde sagen, deswegen komm. Wir zünden einfach mal die ganze Bude an. Wir haben nämlich auch ein bisschen Sachen hinterlassen, sage ich mal. Nehmen wir noch ein bisschen den Benzinkanister hier. Machen wir hier nochmal überall Benzin hin. So, hier überall ran. Ui, ui, ui. Das wird auf jeden Fall ein Feuerwerk. Hier überall. Alter, wenn das jetzt gleich abgeht, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch. Was ist das hier? Irgendwie noch sowas zu trinken oder so. Jetzt müssen wir das eigentlich nur noch anzünden. Haben wir noch irgendwas, was brennt? Ja, Molotov. Und zwar einfach rein. Boom. Und der ganze Laden brennt, Alter. Mehr sage ich dazu nicht. Wir zünden hier einfach den ganzen Laden an. Diese ganzen anderen Sachen sind ganz egal. Quick E-Markt in Killed with Fire. Dieses Level hier habe ich jetzt schon ein bisschen länger probiert. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe es nie geschafft. Aber anscheinend habe ich jetzt hier die perfekte Taktik. Und zwar brauchen wir von diesen Projektil-Gorillern, die mit ihrem Kot werfen, brauchen wir hier ein paar. Und hier drüben sind diese ganzen Spinnen und so, gegen die wir kämpfen werden. Also ich sage mal so, ihr guckt einfach jetzt mal zu. Ihr seht das hier direkt. Ich starte mal. Und ja, ihr seht hier, was direkt fast ist. Die schmeißen sozusagen mit ihrem Kot, der explodiert. Und dadurch, ja, dadurch werden sozusagen die ganzen Reptilien auf Range gehalten. Oh Gott, hier die ganzen Affen. Jetzt will ich mal was sehen hier. Schmeißt! Ja, Angriff! Wow! Oh mein Gott, das ist ja meine eigene Gorilla. Oh nein! Oh nein! Gar nicht gut! Gar nicht gut! Nein! Jetzt schaffen die das hier nicht. Ich glaube es nicht. Ich dachte, die schaffen das. Okay, okay, okay. Aber ich weiß schon, was wir falsch gemacht haben diese Runde. Und zwar müssen wir von diesen Affen hier hinten, die mit ihrem Kot werfen, müssen wir, von der Menge her ist es okay, aber wir müssen die noch ein bisschen mehr, glaube ich, zentraler oder zentrierter oder sowas platzieren. Also was ist, wenn wir zum Beispiel hier oder hier hinten so eine Gruppe machen? Dann machen wir hier eine Gruppe und hier eine Gruppe. Und dann machen wir einfach nochmal zwischendurch. Ah, okay, wir haben gar nicht mehr genug Geld. Egal, komm, wir gucken einfach mal zu. So. Die schmeißen jetzt hier immer Gruppen. Alter, die Ameise, die hat es auf jeden Fall auch komplett erwischt. Die schmeißen hier immer Gruppen. Oh, jetzt sind alle auf einem Haufen. Jetzt richtig schön rein da. Jetzt richtig schön rein da. Los, schmeißt. Ja, jetzt. Komm, 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 komm. Nein, wieso warten wir denn so lange? Wieso könnt ihr denn so selten nur schmeißen? Nee, komm. Dann müssen wir gar nicht weiter ausprobieren. Können wir knicken hier. Also, jetzt will ich hier mal ein paar gute Angriffe sehen. Da fliegt schon, sag mal, kille ich mich da etwa gerade selber oder was? Jetzt will ich schön schmeißen, ja, ja. Schön die Bomben schmeißen. Schön die Bomben schmeißen. Sehr gut, hier drüben die auch mal. Die haben doch gar nicht geworfen, ne? Jetzt fangen die gerade mal an zu schmeißen. Okay. Was, da ist schon einer umgeknickt gerade? Ja. Wie viele leben noch? Schmeißt. Ja, sehr schön. Oh Gott, es leben nicht mehr so viele. Kommt schon noch ein paar Ameisen hier. Okay, okay. Die ganze Masse ist hier noch am Start. Oh, die killen sich hier gegenseitig. Jetzt die letzten. Schmeißen. Nein. Die schaffen es wieder nicht. Weil auch die, ich weiß jetzt, woran es lag. Weil die Gruppe hier hinten nicht mal zum Schuss gekommen ist, so zu sagen. Die müssen ein bisschen näher hier ran platziert werden. Also anscheinend irgendwie so oder so. Vielleicht bringt das dann ein bisschen mehr. So, jetzt noch mal. Komm. Jetzt aber. Ja, schon ein sehr guter Start. Gut, ich meine, da fliegt halt ein Affe. Ne, oder so eine Spinne ein bisschen weg. Ist ja nicht das Ding. Jetzt mal ein bisschen schmeißen hier. Sehr. Oh mein Gott. Da schmeißen die in die Masse rein. Jetzt bringt das hier auch mal ein bisschen was. Oh, eine Ameise. Löscht die hier. Nein. Die killen sich gegenseitig. Nein. Okay, okay. Das muss ich beenden. Aber die killen sich ja hier immer selber. So, jetzt schmeißen wir da. Sehr schön. Die Spinne ist weg. Schön rein in die Masse. Hier haben die sich schon wieder selber gekillt ordentlich. Hier, das ganze Team ist auch noch da. Jetzt. Schön Reiter. Schön. Ja. Wow. Okay, da kommt einiges angeflogen. Sehr gut. Jetzt noch mal. Nachladen. Schmeißen. Jetzt schmeißen. Jetzt schmeißen. Komm, reich dich rein. Reich dich rein. Noch eine gute Horde ist am Start. Oh mein Gott. Nein, die killen sich wieder. Ey, Freunde. Ich sag's euch ganz ehrlich. Sorry, was hier gerade los ist. Die killen sich alle die ganze Zeit selber, Mann. Ich glaube, ich weiß auch wieso. Weil ich die sozusagen so voreinander platziere. Schmeißen die das sozusagen gegen sich. Das heißt. Ja, ja. Okay. Das heißt, ich muss hier Affen platzieren. Hier Affen platzieren. Und dann machen wir einfach hier vorne nochmal welche. So. Und jetzt sollte es doch eigentlich hinhauen, oder? Oh Gott, oh Gott. Nein, jetzt killen die sich schon wieder selber hier vorne. Mann, die sind auch unfähig, die blöden Affen. So, jetzt schmeiß mal. Jetzt hol doch mal die weg. Eigentlich sind die voll stark, diese Projektilaffen. Aber ich weiß nicht genau, wieso die... Ah. Ja, guck mal. Das schaffen die doch gar nicht mehr hier gegen Anzug. Guck mal, da. Da fliegt der Affe schon wieder weg hier. Sag mal, also wie schwer soll das denn bitte sein? Ich dachte, so schaffen wir es endlich mal. Ne, guck. Guck mal, keine Chance brauchen wir gar nicht mehr versuchen. Sind einfach... Das ist einfach zu viel. Ich weiß nicht, was da los ist, Freunde. Schreibt mal gerne Tipps in die Kommentare. Im nächsten Battle lassen wir Siedler mit Bögen. Gegen... Das können wir uns mal angucken. Gegen was kämpfen. Gegen Fantasiewesen. Und zwar würde ich sagen, nehmen wir erstmal eine Reihe. Wie viel Geld haben wir? Nur 150 Dollar. Das ist nicht viel. Nehmen wir einfach eine Reihe Genus. Hier. Genus einfach platzieren. Die haben nämlich so einen Feueratm. Deswegen können die dann sozusagen so die Leute so... Bam! Ja. Ja, das war nicht schlau, den Genus zu nehmen. Und damit sind beide schon tot. Okay, das war nicht so schlau. Wir brauchen also irgendwas, was sozusagen die ganze breite Masse angreift. Wie wäre es denn, wenn wir einfach mal so ein paar Wehrwürfel nehmen und auch schön verteilt? Wir haben halt nur 150 Dollar zur Verfügung. Deswegen ist das halt nicht ganz so easy. So. Sehr schön. Zummer zwei Down schon mal. Was macht er hier hinten? Oh, der hat auch zwei Down. Sehr gut. Hier hinten schön der eine Werwolf. Sag mal. Das ist ja mal mega schwer. Guck mal. Schon wieder keine Chance. Also, was ist denn hier heute los? Sag mal. Das sind ja absolut schwere Kämpfe. Was sollen wir denn sonst benutzen? Wir könnten natürlich... Was, wenn wir so einen Minotaurus nehmen? Bringt das was? Guck mal. Der hält... Der ist doch schon tot, bevor der eben da ist. Macht der... Also, Freunde. Ich muss gar nichts sagen hier. Das sind auf jeden Fall schwierige Kämpfe hier, habe ich das Gefühl. Einmal probiere ich das mit dem Drachen. Aber der wird halt auch schnell tot sein, ne? Guck mal. Da greifen die mal ein. Schmeißen den runter. Sehr schön. Ja, so ist gut. Und wieder einen greifen und runterschmeißen. Greifen. Ja. Oh, der hat sogar zwei Stück gegriffen. Oh, was? Okay. Der schmeißt auch... Nimmt auch... Kann auch mehrere gleichzeitig greifen. Dann könnte es tatsächlich der Drache sein hier, den man nehmen soll. Ui, ui, ui. Da schmeißt er wieder einen runter. Und nochmal Angriff. Komm. Ja, ja. Dann nimm dir... Was? Der ist tot, der erste Drache? Okay. Wieder ein paar. Und den hat er erwischt. Sehr schön. Wie viele leben noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay. Ja, wieder einen Step by Step. Also, dass jetzt der erste Drache gestorben ist. Ich glaube, der ist abgestürzt. Wahrscheinlich deswegen. Wieder einen nehmen. Schritt für Schritt wird hier jeder mal ein bisschen low gemacht und geholt hier. Und wieder rein in die Masse. Sehr schön. Oh, da hat er den nicht genau gekriegt, glaube ich. Aber gekillt. Oh, sehr schön. Okay. Das könnte ein knappes Rennen werden nochmal. Ne? Noch drei Leute am Leben. Schafft der Drache das? Ja, hier nochmal. Die beiden. Die hat er beide down, oder? Ne, ne, ne. Nur einer hat überlebt. Ein, nur einer ist gestorben, meine ich. So, er geht nochmal aufs Neue. Bam. Hat ihn. Hat ihn. Oh Gott. One Hit. Der Drache ist One Hit. Der muss ihn jetzt nur einmal treffen. Wow. Und der letzte hat ihn. Und ja. Mit dem Leben hat der Drache einfach noch gewonnen. Oh, mein Gott. Die Drachen waren es einfach. Sehr schön. Haben wir gewonnen. Sehr gut, Freunde. Bevor wir zur Spinne kommen, Freunde, lassen wir erstmal hier die Chicken Mans. Die haben irgendwie so Chicken Nuggets Anzüge an oder sowas. Gegen Eis Siren Heads kämpfen. Und zwar sind das so Siren Heads. Die sind irgendwie aus Eis oder so. Ich bin echt gespannt, wer davon gewinnen wird. So, wir starten mal den ganzen Spaß. Und. Ui, 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 ui. Wer wird hier gewinnen? Siren Head kommt lang gelaufen. Greift sich den Chicken Man. Er greift ihn hier auch. Aber Siren Head ist immer. Ich dachte, der könnte so. So Geräusche machen. Aber die macht er gar nicht. Oh Gott. Da hat er den. Hier. Letzter Chicken Man. Der weiß gar nicht mehr, was er so machen soll. Er hat nur so eine Barbecue-Soße in der Hand. Und guck mal, wie er. Oh mein Gott. Er wird einfach in tausend Teile zerteilt. Okay, okay, okay. Ich spüre das schon. Wir müssen jetzt sozusagen ein anderes Team gegen Siren Head kämpfen lassen. Lass uns doch einfach mal den Farmer Steve nehmen. Wer kennt ihn nicht? Aus Minecraft, Freunde. Nehmen wir einfach mal Steve. Und zwar setzen wir sechs Stück dahin. Und jetzt kriegt Siren Head noch einen Säbelzahntiger. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's falsch eingestellt. Ich meinte natürlich, der Säbelzahntiger kämpft gegen Siren Head. Und. Wieso ist es so am Längen? Ich hab eine PS. So, ich hoffe, das leckt nicht so. Nächstes Mal kämpft wirklich der Säbelzahntiger gegen Steve. Oh Gott, das leckt schon wieder ein bisschen. Ja, der greift hier an. Der verbrischt ihn auf. Der Säbelzahntiger. Oh Gott, es kommen alle drei noch am Leben. Und der letzte Steve Farmer hier. Der weiß ja gar nicht, was er machen soll mit seiner Spitzhacke, Freunde. Gar keine Chance. Auf der nächsten Map lassen wir den King, Freunde. Wir alle kennen ihn. Das stärkste Monster im Spiel. Gegen Titanus Ghidorah kämpfen. Einfach eine goldene Hydra als Drache. Mit Schwanz, mit Zweikschwanz. Oh mein Gott. Ich bin gespannt, wer gewinnen wird, Freunde. Was waren die? Schreibt es in die Kommentare. Okay, der Drache schießt ja anscheinend schon. Oh Gott, der versucht irgendeine Taktik, der King. Oh mein Gott. Wow. Okay, okay, okay. Also der King hat schon wieder alles platt gemacht hier. Also der Drache hatte gar keine Chance. Aber gar nicht schlimm. Vielleicht können wir auch was anderes dagegen antreten lassen. Nämlich, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Eine riesige Spinne. Eine Titanus Spider. Okay, okay. Warte mal. Dann muss ich mal ganz kurz die Armee hier löschen. So, also wir platzieren im einen Team die Spinne und im anderen Team den King. Ich bin gespannt, wer gewinnen wird, Freunde. Und der King läuft schon los. Die Spinne, die... Mach die auch mal was. Was ist denn jetzt los? Sag mal, hat die da nur ein Ei gelegt oder was macht die? Die legt anscheinend nur ein Ei. Und der King, guck mal, der kommt hier schon so. Ich bin siegessicher. Ich gewinne das jetzt. Und bam. Irgendwie funktioniert auch die Spezialattacke. Oh mein Gott, die Spinne fängt an. Ach, die Spinne hängt fest im Baum oder was? Guck mal, war da wie die Beine da, ne? Ja, ja, ja. Guck mal, ihr könnt euch das Leben angucken. Oh, der King verliert kaum Leben. Aber die Spinne wird noch nicht einmal getroffen. Also wenn es so weitergeht... Oh, der King muss da nur einmal gut rankommen. Nur ein guter Schlag vom King und dann warst du mit der Spinne, glaube ich. Wow! Ja, das meinte ich. Er macht eine Drehung und killt einfach die Spinne instant. Dann lassen wir nochmal die Spinne gegen Siren Head kämpfen. Und dieses Mal... Hä, guck mal. Die hat halt auch so einen Gruselkopf und so. Ich weiß nicht genau, wie sie... Irgendwie ist sie heute müde oder sowas. Aber auch die Spinnbeine greifen wieder. Sie versucht sich zu wehren. Kriegt sie Siren Head hier gegriffen? Ah, oder kriegt Siren Head sie gegriffen? Das ist hier auch wieder alles gut gepanzert, ne? Die ganzen Anzüge und so. Guck mal, hier die Spinne. Wie sie einfach rumkommt. Oh, sie hat Siren Head schon halbtot. Oh mein Gott. Die Spinne nimmt den Hopps. Und? Da, guck mal. Jetzt hat er gar keine Chance. Jetzt liegt er schon. Und damit hat der Siren Head auch... Oh mein Gott, der letzte Hit und... Boom! Boom! Na, komm schon! Und? Bam! Damit hat der Siren Head auch die Spinne einfach komplett Hopps genommen. Okay, also die Spinne ist auf jeden Fall schon mal stärker als Siren Head. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann lass uns mal die Spinne kämpfen gegen ein paar Dinos. Eine Dino-Armee. Hier einfach... Oh mein Gott. Okay. Ob die Spinne gegen so viele Dinos ankommt, Freunde? Wie viel soll das sein? Oh mein Gott. Ich bin gespannt, wer gewinnen wird, Freunde. Die ganzen Dinos kommen angelaufen. Die Spinne wieder so, als wäre gar nichts los. Aber sie scheint... Oh mein Gott. Man denkt halt immer, die Spinne ist irgendwie tot oder so. Aber sie wartet, bis das Monster zu ihr kommt. Die steht nur auf einer Stelle und wartet, bis das Monster zu ihr kommt. Hier fliegen schon die ersten toten Dinosaurier rum. Ist das ganz schön am Längen. Ja, ich glaube, die Spinne macht sich ganz gut, oder? Ich glaube jetzt nicht, dass diese ganze Armee von Dinos es schafft, die Spinne rot zu holen. Zumal das so eine Titanium-Spinne ist, die richtig stark ist. Oh, guck mal. Oh, der killt, die killt auch richtig viel auf einmal, ne? Oh mein Gott. Die hat wieder alle weggeholt hier und die Spinne wieder als einziges am Leben. Hier auch die ganzen Dinos, alle tot, Freunde. Also ich muss schon sagen, die Spinne, Freunde, auf jeden Fall ein richtig, richtig starkes Geschöpf hier in dem Spiel. Vor allem auch, wie die immer so, dass die ganzen Zombies oder die ganzen Monster rankommen lässt und so. Ich würde sagen, Freunde, das ist mit der heutigen Folge Battle Simulator gewesen sein. Wenn ihr wollt, dass ihr eine weitere Folge macht, lasst gerne ein Like und auch ein Abo. Oder schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ich gegen die Spinne noch antreten lassen soll. Es gibt zum Beispiel noch einen Spider-Man-Dinosaurier, Batman-Dinosaurier. Soll ich mir die mal angucken? Schreibt es mir in die Kommentare oder lasst einen Like da. Tut mir das auch gerne in den Gefallen. Schreibt gerne eins von den anderen meinen Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen wunderschönen Tag. Bis dahin und ciao, ciao.